Willkommen bereit? 1, 2, 1, GO! Hallo zusammen, mein Name ist Jil Floric, Mehrat von Salkesch und Präsident vom Weindorf Salkesch. Wir haben dieses Jahr den Weinfröhling organisiert. Der Weinfröhling ist ein tolles Anlass, den wir zuerst mit dem Parigrennen anfangen. Das Parigrennen heisst, dass wir ein Parig mit zweier Teams durchdrehen, also sozusagen Rollen. Und wir machen eine Zeitmässigung und später gibt es sozusagen ein Duell. Der 1.6.8.2.7. Das Parigrennen haben wir dann zum 8. Mal organisiert. Und es ist immer mehr und mehr Leute gekommen auf Salkesch für das Parigrennen durchzuführen. Nach dem Parigrennen gibt es Degustationen und Weinkellern. Wir haben etwa 13 Weinkellern, die ihre Wien präsentieren. Das sind alles junge Wien vom Jahrgang, die gleich neu auskommen. Also das ist eine sehr qualitative Sache und es ist auch sehr kulinarisch. Und es ist, wie gesagt, ein tolles Anlass, der für junge und alt ist, für den Weinfröhling Salkesch zu kennenlernen. Das ist ein Wienfrühling. Ja, das ist ein Wienfrühling. Ja, das ist ein Wienfrühling. Ja, das ist ein Wienfrühling. Spannend. Du meinst, wie ich mich für Hulle? Ja, ich bin ein Wienfrühling. Ich bin ein Wienfrühling. Und ein Wienfrühling. Ex- 게임. In Das war's. Das war's. Das war's.